Jo, alles cool Leute, willkommen zurück zu Let's Play WarioWare Smooth Moves So und zurück geht's ab mit Jimmy Pee, du wirst ja nochmal Jimmy Tee, Jimmy Pee, nicht Jimmy, Jimmy Tee, Jimmy Pee, yo get down man, ich bin übrigens Fresh Pee und das ist Jimmy Pee man, das ist mein Kollege, yo der hat einen blonden Afro und das ist doch Jimmy Dee oder wird er kass, Jimmy Dee, nein Jimmy Gee, oder Jimmy Gee, Gee, Schott, Gee, Oh ja, auf jeden Fall sind wir hier in Disco-Würze Oh yeah, oh yeah, hu hu Aber ich glaube ich bin jetzt einfach mal lässer Das ist ein Hund, alter? Jo, Hunde Oh ja, deine Schlaghosen, sie hängen nur an deinen Schlaghosen Oh ja, Jimmy Pee geht genauso ab wie Jimmy Dee, man Oh yeah Oh ja, er hat den Groove in den Glocken, alter, ich krieg grad's, naja Und ab geht's in Disco-Würze Und die Fernbedienung, wassup? So, Stoß So, Stoß Jo, Doppel Wart, bin ich gut oder was? So, der Boxer, man Schredder Was das? Das ist kein A4 und das ist kein A3, das ist ein... Ah, was wird ich? Äh, beugen Ah, Straßenkehrer auf jeden Fall Komm, schlack Ah, 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 weg Opie Weg Opie Alter Du kriegst nichts von unserer Orange Psychbedienste Ah, wir sind明iser Hu Jetzt sind wir Bisschen schneller Der Regenschirm Saame zwei Hallo, oh 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 Das war zwei Ah, der Kellner Geh�� Oh 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 oh, gib'em Du auch Was haben schütteln und ja und kommt aus hier das hat so ausgeschaut wie dieses pokémon das nötigste pokémon in ssdm war das gibt es aber auch so das war das war der wahl das goldini goldini wie die verraten so wie kann man das ordnen naja ja ablange ja oh bad bad Es wird zärt für den Boss, der Boxer, oh, ein Feind. Jaja, jetzt wird uns nicht mal mehr gesagt, wo wir abwehren sollen, oder was? Ist sowieso egal, schaut euch den Typen mal an. Ey. Ah, das wird... Ah, fuck. Ich hab den Typen unterschätzt, aber okay. Nein! Alter! Mann! Ja, nichts Game Over. Zurückspulen, Mann? Ja, klar. Sammeln, 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 sammeln. Wäh, wäh! Wäh, wäh! Wäh, wäh! Ey, weg, Opi! Ey, ey, du hebst so wieder auf? Ja, du Füchse Herz, Alter! der hintere ist natürlich hey kumpel du kommst wieder zurück schaffe ich das einmal in meinem leben nein ich schaffe es nicht da 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 ... U WAAHHH Nein, dass ich nicht hier Lon 제가 Schmeckt Wーン WHOA WHOA Oh, hey, Moira! Oh, hey, Moira! Ach so, es klingelt noch nicht! Klingel! Nein! Oh, man! Oh, Schess! Nein! Fuck! Oh, nein! Super kack, ey! Jo, was ist jetzt positiv, Alter? Also, egal ob ich verliere oder nicht. Ich habe gerade irgendwie so viel Spaß an diesem komischen Game, Mann! Jo, B, oh, B, oh, nein! Du hast das schon wieder runtergekommen, was soll da? Mann! Ah, Stoßen! Jo, das war auf jeden Fall... ... Der Fritte! What's? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das könnte mir jetzt nicht antun! Leute, ich nehme an, dass das Video jetzt verzehrt ist. Das heißt, wir sehen uns gleich an der Stelle wieder! Bis gleich! ich ja mann ich 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 fasse es alles nicht ich habe die Kratz-Sohn große Spaß machen und was tut das ja der Video Grapper hängt sie eben kurz auf aber wir sehen wir sind wieder back man ja was äh der Hula oh yeah so hat der Frittenfinger ja ey mann komm her komm her komm her ja ich hab dich doch erwischt ich hab's in der Vibration gespürt ah jetzt speedy ab die Fernbedienung bä 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 mann gib mir 5 gib mir 5 jo alles cool mann ja 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 Spaghetti wir haben Spaghetti gemacht ja Schräder sammle zwei und noch mehr wie ich habe das erste Mal geschafft, Mann! Wir haben auch Käse! Euer fette Hüften drauf stehen die zwei Typen da! Ja, jam, jam, jam und oder? Boss und der Abwehr! Sehen wir mal den Typen ab, ja. Ja, ja, ja. Was hast du jetzt? So, wir grad voller Konzentration, Mann! Ja, aha, ja, aha, ja, aha, ja, aha, ja, aha, ja, nein, nein! Hey, wir haben noch genug Versuche, Leute, nicht verzagen! Ja, ne, ist klar. Nein! Wie soll man diese mittleren Länge abglocken, Mann? Ah, das ist für ein bisschen Arbeit! Na, come on! Komm on! Komm on! Komm on! So, wartet mal, ich muss jetzt kurz was probieren. So, was soll? Ja, so kann man mittleren abglocken, ne? Okay. Ey! Ah, der Boss ist richtig badass, so ne, ja, das ist uncool. Einfach nur uncool, uncool, uncool. So, jetzt kommt der Kellner. Ja, okay, wir 5, wir 5. Oh, yeah. So. Jetzt kommt der Frittenfinger. Ja. Äh, überrollen. Nein, da hüpft er über uns drüber und wir sind da. Ja, straßenkehrer. Ja, obi. Ah, war! Lass uns doch nicht überfallen, alter! Drittenfinger. Ja, drehen wir, drehen wir, drehen wir. Und der Einbrich ist weg, alter! Ja, Stöße. Ja, alles gut. So, die Fernbedienung ist weg, mein. Ja, ballern wir den Scheiß hier runter. So, aber take care. So, umzau ziehen. Den Scheiß fern wir hier auch noch und wir haben den normalen Fisch. Ist das gut oder was? Ja, und die Ablage, alles klar. Hey, DJ. Aha. So, jetzt schreitern wir den Scheiß hier nieder. So, die Fernbedienung und Stöße. So, ja, okay, so. Oh, boigen, 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 boigen. Ja, komm auf. Ja, jetzt schocken wir nicht mal mehr das, was das für eine Scheiße hier. Ja, hula, 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 hula. Oh, baby. Und alles gut, baby. Ander. Eben, eben. буgey. Heu, euch mal auffallen. Der König da unten ist der King. So, alles klar. So, jetzt der Boss, wehe wir schaffen es ja schon wieder nicht, man. So, fight. ja 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 du kleines erdbeer hier und du bist jetzt weg man ja das war Original Größe so auf jeden Fall geht der Hund hier voll ab und wir sollten sorgten wir haben das hätte ich geschafft alter Oh yeah Oh die große Welle alter Oh yeah So cool So Feierabend für heute ja raus wir werden rausgeworfen ja Auf jeden Fall haben wir keinen Regenschirm gegeben also was kriegen wir diesmal einen Knochen zurück oder was Hä Ah Oh Okay Aha Zu Fragezeichen Äh Jo Das sehen wir auf jeden Fall im nächsten Part alles klar Leute Das war's von mir Tschüss Oh 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 Oh